Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Oxenfree. Wir sind von unseren, ja, nennen wir sie Kameraden, getrennt worden, nachdem wir eigentlich nur eine kleine Feier hier auf dieser nicht verlassenen Insel, es ist, ja jetzt ist sie verlassen, weil die letzte Bewohnerin ist vor kürzlich verstorben. Ähm, nachdem wir hier eigentlich Party machen wollten und uns ein bisschen amüsieren wollten, ist das Ganze ein bisschen aus den Fugen geraten, weil wir sind unten, ist jetzt unten beim Beacon Beach, sind wir auf ein seltsames Phänomen getroffen, was uns plötzlich einmal komplett über die Insel verteilt hat und jeder ist jetzt irgendwie so ein bisschen irritiert und weiß nicht, was los ist. Wir waren jetzt zuletzt in diesem Hardentower, haben da Telefonate geführt mit allen anderen, weil die sind jeweils in einem Gebäude, wo sie wohl bei uns anrufen konnten. Wir haben jetzt beschlossen, wir retten als erstes Rennen, weil Rennen ist high und Rennen ist in Panik, während die Clarissa da rechts oben relativ gefasst war und, ähm, ja, zumindest nicht in Panik war und soweit in Sicherheit schien. Und deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um Rennen. Dafür müssen wir jetzt durch die Wälder als nächstes. Genau dazu. Können wir besser sein. Aber wir werden jetzt durch das und um zu größer und besser. Good talk. Eigentlich wollte er um die Wälder herumgehen, der Jonas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtige tue hier, wenn wir jetzt direkt in die Wälder gehen. Aber, ja, gucken wir mal. Nein, keine Ahnung. Wee. Not, uh, not exactly, no. Not exactly. Ahem. I got the map right here, it's fine. You know, this whole place really creepily reminds me of a park, or woods, I guess, near where I used to live. Oh, Jesus, what are you doing jumping across that? There's another, there's like another way down here. I can't believe you even made it. I've been here before, remember? We used to skip across here as kids, it's fine. You were a bunch of psychos to ever try that, but good to know. My dad was really happy to move here, you know. He said the schools were safer, less knifings per capita. But, uh, I guess you never considered the danger of whatever's happening right now. But, you know, everything's got something. No offense, but your town sounds like the worst place on earth. Well, it's not like your town. I'll put it that way. Wo geht's jetzt hin? Zu den, okay, sind wir hier noch richtig? Na, ich hoffe, dass wir, ja, ich denke, das passt. Oder hätten wir ein, hätten wir lieber rechts rum gemusst? Ich weiß nicht, wie wir zu rennen kommen am besten. Wir werden's rausfinden. Warum gehe ich eigentlich schon wieder als erstes zu rennen? Rennen geht mir eigentlich total auf den Senkel. Oh, er sah halt, er, nee, er sah nicht gut aus. Er klang halt nicht wirklich gut. Deswegen, ähm, ja. Mann. Ne, ich würde jetzt gerne nach oben. Müsst ja eher nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, warum ist hier ein Kabelfahrer? Können sie einfach nur, wie, wie ein normaler Bruch? Mit Holz und... Es ist nicht ein Kabelfahrer, es ist ein Bruchverkehr. Ah, ja. Müssen wir hier rüber? Wir können nur nach links oder rechts, wie's aussieht. Trotzdem mal nach oben hier. Um zu schauen, ob man nicht doch irgendwie da lang kann. Sieht eher nicht so aus. Was ist das? Ich kann's nicht anklicken. Anscheinend ist es nicht so wichtig. Kann ich hier rüber springen? Ah. Abkürzung. Hier ist so eine Hütte, genau. Die hat man auf der Merck gesehen. Es sagt, es ist die... Ich weiß nicht, Kat-Bird-Station? Und die Telefon ist wunderschön. 60.8? Die Telefon geht nicht so weit. Huh. Sieht so wenig, als herzlich willkommen. Oder zumindest nicht sehr erfreulich. Oder... Sieht, es ist ein bisschen schrecklich, aber... Okay, was sollen wir tun? Ich kann hier gerade gar nichts tun. Das Schild kann ich auch nicht lesen. Tja, hm. Dann schauen wir mal, ob wir da über die Brücke kommen. Oder... Warte, können wir da hinten wieder runterklettern? Moment, Moment, Moment. Nee, können wir nicht. Okay. Dann lassen wir es mal zurück. Das ist alles ein bisschen zäh, finde ich. Weil sie relativ langsam unterwegs sind. Ich finde immer, wenn die Figuren so langsam unterwegs sind, dann hält einem das immer vom Erkunden ab. So, ich habe da auch noch irgendwie was. Ich habe noch gar nichts geschaut. Na, komm, Mädel. Okay, das ist ein bisschen strange. Warum würden sie es nicht locken? Ich meine, jemanden sollte es locken, richtig? Ähm, vielleicht gibt es keine нужde. Wie, es gibt nichts hier, um zu stehlen? Oder was? Okay, ich gehe mit dem. Nur weil... Was noch mache ich noch? Klingt gut. Ah, mir fällt gerade ein, sollten wir nicht oben das Radio verwenden? Oder habe ich das... Hier scheinen wir auch was tun zu können. Ähm, so, I don't know. Jonas, the bridge ferry looks pretty well und dead, so... I don't know, how we do this without power. Just let me do it. That way, if something bad happens... You know. That's very sweet. Really, but I'm not the type of sister you need to throw your coat on the puddle for, okay? Okay. Hey, it's your barbecue. Good. Bratz. Sie sind toll. Ah, why don't you flip? Because it kind of did the opposite of what we wanted. I flipped the... It's the only one, Jonas. What other switch could I even flip? Well, good point. The lamp's flickering. Do you think it's like on backup power now or something? I might have just broken it. Ever think of that? I did think of that, but it's not like it's our fault the door slam shuts. So, I don't know. For some reason it reminds me of the cave. Let's just try to get the power on, alright? Everything about this is making my skin crawl. Okay, vielleicht machen wir hier mal das Radio an. Wenn das wie in der Höhle ist. Jetzt hab ich's ganz kaputt gemacht. Das ist... Das ist... Das ist... Gott, ich hab's nicht gehört, das in forever. Das ist etwas, das meine Mutter benutzt. Ich bin so tired of this Funhouse-Bullcrap. Der Strom ist wieder da. Ach du Scheiße. Hast du noch was zu sagen, Jonas? Nein? Gut, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Ein Stuhl? Alex? Sie ist schon gemein. Nein, ich war gemein. Wir sind beide gemein. So, jetzt nochmal oben gucken. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, war da irgendeine Frequenz oder so, die ich verwenden sollte? Ich mach es jetzt einfach so. So. Das hatten wir vorhin auch schon. Schön. Das sind schon komische Dinge. Das sind schon komische Dinge. Aber anscheinend hilft uns das nicht weiter. Gut. Nee, dann hab ich mich nicht ge... Ich hatte irgendwie plötzlich das Gefühl, der hätte was von der Frequenz gesagt. Vielleicht hat er es auch. Ich weiß es nicht. Egal. Die Seilbahn funktioniert. Die verwenden wir jetzt auch. So. Also ich hoffe, die können wir jetzt verwenden. Warum auch immer da jetzt ein Stuhl ist, aber... Ja. Ja. Nicht? Die soll schon. Oh, hab's repariert. Alles gut. Und nü? Zum Campingplatz kommen wir jetzt, ne? Ich glaub, wir nehmen grad einen riesen Umweg. Wir hätten sicher auch anders noch hingekonnt. Sieht so schön gemalt aus. Das ist schon sehr schick. Na dann. Oh Gott, was ist jetzt? Ja. Ja. Ähm. Ja. Ja. Okay. Okay, was war das jetzt? Ja. 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 Ich habe das gleiche Kind als Kind. Ja, warum würde ein Toil-Kompany auch machen? Ja? Ich liebe die Geräusche. Verstehen, schauen, was passiert. Du hast schon... Warte! Haben wir das schon? Wir gehen in ein Körner oder so. Oh, jetzt du das verstehst? Es hat nur 300 Go-Rounds auf dem nicht endenden Cycle von dem, was wir haben. Entschuldigung. Warte, wirklich? Ich erinnere mich nicht, aber okay. Okay, Ball. Lagerfeuer. Sonst noch was da ist? Oh, der Ball, ähm, bewegt. Das war weirrt. Es ist der Wind. Der Wind. The gustless, almost imperceptible wind. Take that, Ball. Um... What? So, it's just... I'm taking a picture of the ball moving, not your kicking, just so you know. Uh... 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 Okay, I-I'd like to know where this is going. Uh... Okay, I-I'd like to know where this is going. Maybe don't antagonize whoever. Uh... Alright, let's not, um, make it weird now, radio people. I think they have a sense of humor. I think they have a sense of humor. Oh, what's that? Don't wanna play anymore? Who does? Pets! Pets! Oh my god. Alex, can you believe this? Ugh... My doctor's not gonna be happy with my blood pressure this year. Yeah, mine neither. Jetzt ist das Graffiti weg. Alex, I think... ...we're dealing... ...with... ...ghosts. Just a hunch. Yeah, no crap. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Hilfe! Och nee, komm! Was? Jonas, where... Where are you? Och, nö! Das ist nicht witzig, Leute! Das ist nicht witzig, Leute! Wow, w stressful... Oh! Woah, wait! What... What's happening? Ich meine, sie ist wieder da. Ich... Es war... Es war... Du bist weg für ein Moment. Ich habe das... Ich habe das wiederholfen und meine Reflexion mit mir gesprochen. Mit dir gesprochen? Was... Was es gesagt? Oder war es... Was es... Was es... Was es... Was es gemacht? Es sagte, dass ich micheinigte Michael mit Clarissa zu sprechen. Das ist natürlich nicht sinnvoll für Doppelgänger, Since Michael ist still totally dead. You know, at some point this is all gonna make sense. I just hope it happens before we leave. Langsam wird es nervig. Ist das da ein Schild? Huh. This is... It's just like the armoire in the cave. Super duper old, but in like... New condition. It's one of those, um... Magnetophones, I think they're called. Or some other real-to-real thing from the 40s. Why would it be here? Can we move. Yeah. Unhilosic. It explodes. maybe I need to move it at the correctrermare capacity... Ah! Nein, nicht wirklich. Ich meine, ich erinnere mich an das Ball, aber ich glaube, das nicht einfach passiert, richtig? Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach aus einem Traum. Alles ist so vage. Wir kommen weiter. Okay. Schreie! Also, noch Spaß? So, wo müssen wir denn hin? Nach oben am besten. Okay. Okay. Was denkst du, die wollen? Die, ähm, die Gäste? Ich weiß nicht. Ich hoffe, sie wollen, wie... ...soccer jeden Mal in einem Moment spielen. Und das ist es. Tja, wer weiß. So, bringt das hier überhaupt was? Ne, anscheinend nicht. Dann müssen wir weiter über die Brücke. Okay. Interessant. Hm. Hm. Ist wieder so ein Steinchen. Hier so ein Steinhaufen. Können wir vielleicht da... ...danker? Yesterday, the remains of four bodies were discovered in two cars submerged west of Cape Mirs. ...danker. 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 Interessant. Anscheinend kann ich hier wirklich noch was entdecken. Ich hab's halt nur... Mir fiel es so gerade auf, weil wir das ja in der Höhle auch gemacht haben. Anscheinend gibt es da noch irgendwie Zusatzinfos. Okay. Creepy. So. Jetzt müsste es ja langsam Richtung Rennen gehen hier, oder? Oh. I remember this. The two Jacks carved their... Jack Mitchell and Jack Ladd. They used to hang out together all the time. And they carved their names into this bench on a school trip once. You don't care, do you? No, please. Keep going. Okay. On another school trip, they stop. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen nach rechts rüber. Ja, okay. Ist das Nona? Oh, okay. Hier passiert noch was vorher. Dann, liebe Leute, würde ich aber erst mal sagen, wir machen Schluss für heute. Wir haben schon genug mit den Geistern gespielt, weil das... Ich weiß nicht, ob das Nona ist. Ich bin mir nicht sicher. Das werden wir beim nächsten Mal erfahren, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid's. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020